Servus miteinander, ich werde euch ein paar Visualisierungen zeigen über das OSM-Wiki, aber bevor wir da hinkommen, ein ganz kurzer Ausflug in die Welt der OSM-Tags. Wie wahrscheinlich alle wissen, wird mit den Tags in OpenSpeedMap damit definiert, was für ein Objekt der Realität in OpenSpeedMap abgebildet wird oder was dessen Eigenschaften sind. Aber ab und zu stolpert man da über Tags, deren Bedeutung nicht unbedingt sofort einleuchtend ist. Ein kleines Beispiel hier, man hat die Watering Place, einen Platz, wo es Wasser gibt, stellt sich heraus, es ist eine Viehtränke. Was man bemerkt ist, dass es wichtig ist, möglichst eindeutig zu definieren, was ein Tag jetzt wirklich ganz genau repräsentieren soll. Man kann auch sagen, erst durch eine gute Dokumentation wird aus rohen Daten echt brauchbare Information. Genau deshalb haben wir uns auf der Uni Heidelberg, mein Kollege Franz Benjamin und ich, das OpenSpeedMap hier mal genauer angeschaut, beziehungsweise auch andere Datenbanken, wo versucht wird, zu OSM-Tags eine Bedeutung zu definieren. Jeder OSM-Editor hat eigene Datenbanken, wo die Tags beschrieben werden, um das Leben der Mapper das leichter zu machen. Aber auch in Wikidata gibt es zum Beispiel die Möglichkeit, zu beliebigen Seiten OSM-Tags zu definieren, damit man dann indirekt kann man dann sagen, dieses Tag hat diese Bedeutung und kann in Wikidata zum Beispiel dann Wikipedia-Artikel dazu finden oder Wikicomons-Einträge mit Bildern über diese Objektklassen. Es gibt aber auch noch weitere Objekte, weitere Projekte, die versuchen, das Ganze ein bisschen akademischer aufzubereiten. Dazu gehören OSM-Antor und das OSM-Semantic-Network. Aber wie ich ja schon gesagt habe, ist eigentlich das OSM-Wiki die zentrale und wichtigste Stelle, wo die Bedeutung der OSM-Tags definiert werden. Genau, dazu haben wir uns dann ein paar spezifische Punkte des OSM-Wikis herausgepickt und versucht, diese ein bisschen anschaulicher darzustellen. Was man im OSM-Wiki immer hat, ist, dass es sich um in der Regel ein relativ unstrukturiertes Format, also Textformat handelt, im Gegensatz zu den vorherigen Projekten. Die Zielgruppe des OSM-Wikis sind eigentlich die OSM-Mapper und deswegen muss man sich bei der Auswertung ein bisschen mehr überlegen. Was wir gemacht haben, wir haben uns alle Tag-Pages und sowohl Key- als auch Key-Value-Pages angeschaut, die zurzeit auf den Map-Futures verlinkt sind. Und für diese haben wir sowohl die Bearbeitungshistorie angeschaut, als auch den Text selbst und den Inhalt der Infoboxen. Also ganz als erstes, was halt nachliegend so eine Word-Cloud zu erstellen, da kommt man einen groben Überblick über den Inhalt der Texte, welche Themen öfter angesprochen werden, welche Themen weniger prominent sind. Als nächstes haben wir uns die Evolution der gesamten Menge der OSM-Tags, die im OSM-Wiki dokumentiert sind, angeschaut. Das ist eine interaktive Visualisierung, man hat praktisch einen Timeslider, wo man praktisch zu verschiedenen Zeitpunkten animiert sich anschauen kann, wie viele Tags überhaupt dokumentiert waren. Und wenn man das am PC macht, dann ist es ganz eindrucksvoll, das würde ich Ihnen empfehlen. Hier so ein Screenshot macht natürlich nicht ganz so viel her. Und abschließend haben wir uns noch angeschaut, wie der Dokumentationszustand im OSM-Wiki im Vergleich zur konkreten OSM-Datenbank für diese ganzen Tags ausschaut. Denn manchmal ist es so, dass jetzt ein Tag zuerst diskutiert wird im OSM-Wiki, irgendwann gibt es vielleicht eine Abstimmung und erst dann verwendet in der Praxis, aber viel öfter kommt es vor, dass jetzt Tags einfach quasi wild verwendet werden und erst später eine eigene Tag-Seite im Wiki bekommen. Vielleicht können wir uns das mal kurz interaktiv anschauen, dass wir da so funktionieren. Genau, was man hier auf der X-Achse sieht, sieht man den Zeitpunkt, zu dem ein Tag im Wiki erstmals auftaucht, als eigene Seite. Und in der Y-Achse den Zeitpunkt, zu dem der jeweilige Tag erstmals in der OSM-Datenbank auftaucht. Die Punkte präsentieren die einzelnen Tags und die größeren Punkte repräsentiert, wie häufig sie momentan vorkommen in OSM insgesamt, also ungefähr, wie wichtig diese Tags sind. Und die verschiedenen Farben stehen für die verschiedenen OSM-Keys. Und das heißt jetzt so zusammenhörige Gruppen sind hier zum Beispiel alle Buildings, alle Building-Tags. Ja, und optimalerweise wären hier alle Punkte an der Linie, wo die X-Achse gleich die Y-Achse ist, aber meistens ist es, wie gesagt, eher so, dass die Tags erst später dokumentiert werden. Ja, hier ist die URL für alle, die ein bisschen damit rumspielen möchten. Der Source-Code liegt auf GitLab, ist Open-Source natürlich. Und hier nochmal die Kontakte reißen von den Leuten, die hier mitgearbeitet haben. Dankeschön, Martin. Ja, Lightning Talks heißen, keine Möglichkeit, Fragen zu stellen. Dafür haben wir nachher in der Pausezeit. TA, sehr schön, dass das Kürzel drin ist. Dann kann ich direkt an Till übergeben. Bitteschön. Gut, geht das? Ah, wunderbar. Ja, ich glaube, es ist nichts zum Denken, was ich hier vorstelle. Die meisten werden wissen, dass wir letztes Jahr in Bonn im Sommer 2016 eine kleine Konferenz hatten. Ich habe gesagt, ich nehme die Gelegenheit, als letzte Amtshandlung sozusagen auch mit dem T-Shirt vielleicht einen ganz kleinen Rückblick zu geben. und so das eine oder andere Anekdötchen zu erzählen, was man vielleicht, wenn man auch da war, ich habe hinten auch schon jemanden mit dem T-Shirt gesehen, nicht so mitgekriegt hat. Vielleicht ganz kurz vorweg, warum der Voskis kann auch international, ich betrachte uns ja, wir sind eine deutschsprachige Community, aber wir sind natürlich Teil einer großen, weltweiten Community, der OSM Foundation oder der OSGIO und wenn man jetzt sagt, wir sind aber doch eigentlich eher eine nationale Community, dann stelle ich halt die Frage, wer nutzt denn heute noch Map-Bänder mit Degree 1 oder 2? Das wäre nämlich so das rein deutschsprachige Software-Pendant, wie man das nehmen würde, oder auch für einen Mapper. Die Frage, ja, wo hört die Karte eigentlich an der Staatsgrenze auf oder mappe ich hier, das ist jetzt ein Beispiel aus deutsch-belgischem Grenzgebiet, einfach weiter. Insofern denke ich, dass wir als Community auf jeden Fall international agieren müssen und eine Sache, die wir halt gemacht haben, letzten Sommer, die Phosphor-G in Bonn und ja, stellt sich erst die Frage, wo kamen die Leute eigentlich alle her? Ich habe die Länder mal alle aufgelistet und wenn man sie zählt, kommt man drauf, es waren Leute aus 54 Ländern da, man kann das auch visualisieren, dann sieht das noch toller aus und die Geschichte dazu ist, ich habe eben Malaysia fett gemacht, das ist vielleicht dem einen oder anderen aufgefallen und das war eigentlich eine ganz lustige Anekdote. Wir haben immer geguckt, wann hat sich jemand angemeldet, das Blöde war, die haben sich alle spät angemeldet, außer ein Malaysia, ein Mensch, der hat sich sehr früh angemeldet, aber nur für den ersten Tag. Da habe ich mich ein bisschen gewundert und das mal beobachtet und während ich das beobachtete, meldeten sich noch so 10, 12 weitere Malaysia an und sie werden es glauben, alle für den ersten Tag. Das hat uns dann doch mal bewogen, mal nachzufragen, ob denn alles in Ordnung wäre oder ob die vielleicht das Anmeldesystem missverstanden hätten. Haben sie nicht, die waren auch alle da, die waren auch alle glücklich, vielleicht hatten sie noch einen anderen Termin, ich weiß es nicht. ein paar Zahlen, insgesamt 889 Teilnehmer, damit die größte Phosphor-G von rein von den Teilnehmern her, die es hier gegeben hat. Anhand der T-Shirts, die Verteilung, Männlein, Weiblein, die ist noch ein bisschen ungünstiger, als wir das, glaube ich, hier normalerweise haben. Wir hatten, apropos T-Shirts, wir haben noch so 30, 40 T-Shirts über, die habe ich oben auf dem Fosges-Stand oder auch auf dem Terrestris-Stand verteilt. Also wer noch so ein schönes T-Shirt haben will und vielleicht nicht so eine ganz Normgröße hat, der kann sich gerne noch eins abholen. 800 Liter Kaffee ist gar nicht so beeindruckend, ich finde es viel beeindruckender, es waren etwa 2200 Essen, die wir rausgegeben haben an den drei Kerntagen. Und Sie werden es glauben oder nicht, damit war das der größte Kostenfaktor, den wir hatten. Also das meiste Geld, was wir ausgegeben haben, haben wir tatsächlich für Essen ausgegeben. Spannend. Dann gab es auch jede Menge Krempel, das ist ein ganz beeindruckendes Bild, das sind nur die Taschen, die dann irgendwann geliefert wurden. Also unsere Firmen-Eingangshalle, die sah tatsächlich irgendwann aus wie ein Lager, da ist alles Mögliche angeliefert worden, was wir dann hinterher darüber gekarrt haben. Wir haben so schöne Sachen gemacht, wie den Codesprint. Etwa 150 Teilnehmer im Basecamp, das ist so ein Indoor-Campingplatz in Bonn, also eine richtig geile Location und die mussten wir mit Internet versorgen. Und wir haben dann in dem Zuge Kontakt in Bonn zur Freifunker-Community aufgenommen und da meldete sich auch einer ganz begeistert, er war so im Stadtteil nebenan und sagte, hey, ich hatte eine DSL 6000, schieß mich tot, Leitung, ich stelle euch die zur Verfügung und wir können die von meinem Balkon über Richtfunk, über den Kirchturm in Dottendorf ins Basecamp beamen. Ich sagte, boah, geil, coole Geschichte. Hat leider nicht funktioniert, weil die Bäume hatten Blätter und dann kamen die nicht da dran. Dann mussten wir halt eine zweite WLAN-Leitung legen. Aber das sind so die schönen Geschichten. Hier so ein paar Eindrücke, die Leute da tatsächlich, Marco hat ja eben auch schon zum Codesprint aufgerufen. Tolle Zusammenarbeit, noch ein Gruppenbild natürlich mit Foskis im Hintergrund. Workshops, auch eine schöne Geschichte. Wir hatten 40 Workshops, ich weiß gar nicht, wie viele wir hier haben. Es waren nochmal zehn parallel, das war natürlich eine gewisse Logistik, etwa 400 Workshop-Teilnehmern und in dem Zuge haben wir 160 Laptops angemietet und ich kann mal sagen, wenn man Administratoren, sind hier welche im Raum? Wenn man die glücklich machen will. Dann gibt man denen 160 Laptops und dann packen die die bei uns im Besprechungsraum immer so dreißigerweise aus und haben die dann immer 30 von so einem Master-Rechner quasi geklont, um die im Vorhinein zu spielen. Die Jungs hatten die ganze Zeit einen Grinsen im Gesicht. Das fand ich ganz toll. Ja, wir haben natürlich, achso, zu den Workshops noch eine schöne Geschichte zum Schluss. Beim Socializing in meiner Lieblingskneipe, dem Official Pub, der Fos4G, kam dann am Freitagabend einer auf mich zu, klopfte mir auf die Schulter und sagte, oh, best Fos4G ever, ganz toll. Und er wäre auf jeder Fos4G gewesen bisher und hat auf jeder Fos4G einen Workshop besucht und er war ganz beeindruckt und sagte, also Till, ich muss dir mal ganz ehrlich sagen, ihr habt ja bei den Workshops keine Einlasskontrollen gemacht. Also die Leute sind da einfach reingegangen und er hat gesagt, das habe ich auf einer Fos4G noch nie erlebt und ausgerechnet von euch Deutschen hätte ich das nun wirklich nicht erwartet. Gut, bleibt mir nochmal der Dank natürlich an das Organisationsthema, da fehlen sicherlich ein paar und letzten Endes auch nochmal der Dank an Petrus. Wir hatten göttliches Wetter, ich denke, das wird ab morgen hier auch der Fall sein. Danke. Tja, danke Till für so, ja, dieses kleine Happening im Anschluss und da kommt auch schon der letzte Lightning Talker heute, tatsächlich letzte und auf halber Strecke, doch. Ich bin mir noch nicht sicher, ob die Applaus noch funktioniert. Achso, ja, das werden wir jetzt sehen. Zu den anderen Vorträgen dann tatsächlich am Live-System. Das Fenster müsste ja noch auf sein. Den da. Genau. Na dann. Darf ich mal? Dann gebe ich dir einfach mal das Wort. Super. Entweder das Mikro oder hier stehen. Dann bleibe ich hier stehen, das ist mir deutlich lieber. Ich darf mich kurz vorstellen, mein Name ist Michael Schön. Ich komme hier sogar aus Passau, habe hier studiert, habe sogar in diesem Raum vor acht Jahren mein Diplom erhalten. Das lange ist es her. Kurz eine Frage vorweg. Wem sagt Geopedia etwas? Das ist nur meine kurze Meldung, würde mich sehr interessieren. Ganz weniger. Okay. Vielleicht kurz zur Geschichte. Ich bin ein bisschen länger dabei vom Alter her. Vielleicht können sich die einen oder anderen erinnern, als Google Maps mit Karten angefangen haben, hatten sie noch keine Koordinaten, hatten sie noch keine Infos. Das heißt, sie haben an der Stelle Wikipedia eingebunden, als Koordinatensysteme. Als sie Places eingeführt haben, haben sie den Wikipedia-Layer silently gedroppt. Weil Wikipedia-Daten sind schwer zu verkaufen, also muss man was Eigenes machen. Es gab dann später ein Tool, das nannte sich WikiHood. Ich weiß nicht, ob das dem einen oder anderen was sagt. Das hatte einfach eine simple Möglichkeit. Das war ähnlich das Wiki Around Me. Das heißt, ich konnte, ich kann das jetzt hier auch gleich mal zeigen, ich kann hier auf der Karte, wenn dies Nachladen auch mal irgendwann funktioniert, hier an einem beliebigen Punkt klicken und kann mir hier die Wikipedia-Einträge um mich herum anzeigen lassen. Dieses WikiHood ist 2013, war das auch nicht mehr verfügbar. Ich war 2012 ein halbes Jahr mit Rucksack quer durch die Welt unterwegs. Für mich war WikiHood mein Standard-Reisetool, weil ich nicht irgendwie 35 Reiseführer durch mitschleppen wollte. Nachdem das Tool nicht mehr verfügbar war, habe ich mir so ein Tool selber gebaut und das ist jetzt mittlerweile seit ungefähr einem Jahr auch verfügbar, sowohl im Web als auch als App. Kostet nichts, ist auch kostenfrei. Was hier tatsächlich passiert ist, man hat hier eine Suchmaske, ich kann einen beliebigen Ort auf unseren Kartenlayers anwählen und kann hier in dem Moment eine Umkreissuche starten um einen bestimmten Radius, man sieht das hier auch und dann werden sozusagen auf der rechten Seite alle Wikipedia-Inhalte eingeblendet. Diese Queries passieren in Echtzeit aus dem Browser heraus gegen die Media-Wiki-Api. Das heißt, das ist nichts, was irgendwie durch irgendwelche Server von mir durchgeht, sondern das ist eine reine Plain-Text-Static-HTML-JavaScript-Lösung. Die läuft überall. Um hier mal ein bisschen zu zeigen, das heißt, wenn man jetzt hier mal in Passau wäre, wir sind also jetzt hier ungefähr, dann sieht man, okay, was hat man hier. Wir haben hier die Universität, wir haben Einträge hier vom St. Nikola-Kloster, weil ich aus der Gegend komme, weiß ich, dass hier zum Beispiel die Burgruine Hals ist. Das heißt, ich kann mir schnell einen Überblick über die Region verschaffen, was ist eigentlich als wichtige Information da. Das heißt, ich visualisiere, ähnlich wie Wikipedia in ihrem Around-Me-Feature, die Inhalte. Was ist jetzt ein bisschen der Unterschied? Das Problem bei dem Wiki-Around-Me und den Wikipedia-Features ist die Tatsache, dass die Sprachunterstützung relativ schlecht umgesetzt ist. Heißt konkret, wenn ihr in Südamerika unterwegs seid, braucht ihr nicht ein deutsches Wikipedia-Fragen. Auch ein englisches Wikipedia ist relativ ungünstig. Heißt an der Stelle konkret, wenn man das jetzt mal macht und sich weiter bewegt hier auf der Karte, das heißt, wir gehen mal hier an die Grenzregion des Bayerischen Walls, haben hier den Drei-Sessel-Berg, ein berühmter Ausflugsberg, der in der Ecke ist und bewegen uns mal hier noch weiter in die Tschechei hinein. Dann haben wir hier einen schönen Ort, der heißt Krumau, sieht man auch sofort. Da gibt es jetzt relativ wenige Daten im deutschen Wikipedia. Aber hier rechts oben erkennt er, okay, wir sind jetzt in Tschechien, das heißt, ich habe jetzt hier die Möglichkeit, meine Queries umzubauen und kann also auch stattdessen die tschechische Wikipedia fragen und sehe, aha, okay, die Jungs haben in ihrer Sprache natürlich viel mehr Einträge gemacht, als das im Deutschen der Fall ist. Das Ganze hat mich dann selbst auch ein bisschen überrascht. Entschuldigung, die Browser-Darstellung ist nicht perfekt, weil hier nur der Conqueror drauf ist. Also das ist, an dem haben wir jetzt nicht wirklich optimiert. Hat mich dann auch so ein bisschen überrascht, weil das Ganze dann natürlich tatsächlich sehr international ist. Das heißt, ich kann auch mal irgendwo in den Iran, vielleicht eher weniger, muss ich mal gucken. Tschechisch wird es da natürlich schwierig, aber ich kann natürlich hier mal irgendwo auch ins Chinesische hineingehen, das heißt, das Ganze passiert dann sofort mit Live-Queries gegen die chinesische Wikipedia. Das heißt, hier werden ungefähr momentan 200 Wikipedia-APIs unterstützt, die in Echtzeit abgefragt werden, je nachdem. Das geht hin bis zum fränkischen Wikipedia, das noch hinterlegt ist und zum klingonischen, auch wenn das relativ wenig Geokoordinaten hat. Das heißt, das ist einfach ein Tool, um Geokoordinaten in Echtzeit zu visualisieren und zu nutzen und ist jetzt auch schon für alle verfügbar und zwar schon teilweise über dem Jahr. Es ist nur leider so, dass es relativ unbekannt ist. Was wir jetzt in der, es ist so, wir haben uns ein bisschen Mühe gegeben, weil wir gedacht haben, wenn ich hier aus der Region schon mal so einen Vortrag halten kann, das Tool vorstellen kann, wollen wir natürlich auch noch was einbauen. Das, was wir eingebaut haben, ist, dass man gesagt hat, okay, man kann sich über Facebook anmelden und kann dann sozusagen eigene Marker setzen und kann diese dann in Social Media Funktionalität mit seinen Freunden teilen. So, was wir noch eingebaut haben, was ich aber leider momentan nicht veröffentlichen möchte, weil ich das als Diskussion auch im Rahmen dieser Konferenz zur Verfügung stellen muss, möchte, ist, man sieht hier, wir haben hier einen YouTube-Button. Heißt konkret, die Engine ist da und es ist relativ egal, ob ich in Echtzeit gegen eine Wikipedia-API frage oder gegen eine YouTube-API. Problem an der Sache ist natürlich, was wollen wir? Das heißt, ich springe hier mal zu meinem vordefinierten Marker nach Temerlin, das ist hier das Atomkraftwerk, das auf der anderen Seite von der Tscheche steht und möchte dann mal gucken, ja, Moment mal, was gibt es denn hier für Videos? Das heißt, ich habe hier relativ schnell schon die Möglichkeit, hier ein paar Videos zu sehen, wo ich auch Führungen habe, wo ich mir ziemlich genau den Grundriss des Gebäudes angucken kann, was natürlich dann datentechnisch irgendwie so ein bisschen schwierig ist. Es sind alle öffentliche APIs, es ist eine Echtzeitfrage gegen YouTube, vielleicht um das Beispiel auch noch mal in eine andere Richtung weiter zu treiben. Ich habe noch mal ein zweites Beispiel hier, ist hier in Tiefenbach. Das heißt, wir sind hier in Tiefenbach, mache hier ein YouTube-Query und wir haben hier eine Emily, die ein Video aus dem Wohnzimmer ihres Elternhauses streamt, wahrscheinlich ohne Wissen ihres Elterns, die wir bis auf das Haus zurück zu verfolgen können, wo sie sitzt und ihr Video erzeugt hat. Alle diese Daten sind bei YouTube verfügbar, das sind Echtzeit-Querys, das ist nichts, was irgendwie über meine Server geht, ich will das bloß klarstellen. Nur, die Frage ist, was macht man? Ist es ein Werkzeug, das man einfach öffentlich verfügbar macht? Machbar, was möglich ist? Ich habe auf der anderen Seite Journalisten, die nutzen das Tool schon im Beta und sind sehr glücklich, weil sie sagen, wir kriegen die neuesten Videos aus Mosul, wir wissen genau, was an der syrisch-türkischen Grenze los ist, wir können extrem filtern. Wir haben aber auf der anderen Seite die Situation, dass wir hier eine Möglichkeit haben, wo man sagt, ja, welches Werkzeug gibst du den Menschen eigentlich in die Hand? Deshalb ist der YouTube-Button auch momentan nicht verfügbar, die Entscheidung wird bis Ende der Konferenz fallen, bin ich auch froh, wenn mich jemand anspricht, ansonsten einfach bitte rumspielen, das Tool ist da, ist verfügbar, kostet nicht, ist kostenfrei, geht aufgrund der Inhalte auch gar nicht, ist auch gar nicht das Ziel. Das war's an der Stelle, vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.